Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Heute ist ja das Ende der Community Entscheidung und wir werden uns jetzt mal angucken welcher Skin gewonnen hat. Ich persönlich vermute, dass es entweder der mittlere Skin ist, also dieser Lama Skin oder der linke, also der Patronenwurz Skin. Ich habe für das Lama gestimmt. Der rechte, ich glaube die mögen die wenigsten. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an und ja. Okay, es hat tatsächlich der ganz linke Skin, der Patronenwurz Skin gewonnen. Ich hätte mich natürlich mehr über den mittleren Skin gefreut, wobei ich natürlich keinen von den Skins jetzt wirklich so extrem gern mag. Allerdings fand ich den mittlersten eigentlich am besten. Ich würde mal sagen, wir beginnen ganz links mit dem Sumpfmann Skin und der hat jetzt drei neue Stile in verschiedenen Farben, die ich auch richtig cool finde. Vor allem hier Rot-Blau gefällt mir richtig gut, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Früher ja nur die Variante, die erste Variante ist komplett hässlich, die anderen sind vollkommen in Ordnung, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Habe ich hier den Spielranger, ist ein ganz nice Skin, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Als nächstes haben wir den Facetten Skin, ist im Prinzip alles so ein bisschen in so einem Hexagon Stil oder so Dreiecksstil einfach texturiert und das Ganze sieht eigentlich ganz nice aus. Kann sich auf jeden Fall kaufen als nächstes haben hier den Knochenwespen Skin aus dem Knochenstich Set mit hinten so einer richtigen Machete im Prinzip dran. Sieht eigentlich ganz nice aus, ist ehemals so ein bisschen wie so eine Wespe, ist ganz in Ordnung. Habe ich hier den Urstachel, hat einen ganz nice Sound, sieht auch ganz nice aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Ein einfach gehörter Jäger hier vorne mit so zwei Stacheln, ehemals von so Wespen im Prinzip in überdimensionaler Riesesüchte gleitet und sich sieht eigentlich ganz nice aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir die Schattenagentin, war auch schon lange glaube ich nicht mehr im Shop drin, er hat jetzt auch zwei verschiedene Stile, einmal hier in diesem weißen Stil, dann einmal im alten Stil sozusagen. Das Backpack gibt es dann auch nochmal in der weißen Variante, sieht eigentlich echt ganz cool aus, das Skin kann man sich auf jeden Fall kaufen. Aber lass es regnen als Emote, ist ganz nice, wobei ich für die Länge hätte es auch locker eigentlich eine grüne Emote sein können, gehört immer zu den älteren Emotes, meistens ältere Items im Generellen sind teurer als neuere Items, bei neuen Items meistens mehr fürs Geld bekommt. Einmal los, 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 macht hier immer so eine Bewegung, immer weit machen, ist ganz nice auf jeden Fall, da haben wir Capoeira, war auch schon Ewigkeit nicht mehr im Shop drin, sind auf jeden Fall nice Moves. Musik passt auch ganz gut dazu, gefällt mir auf jeden Fall, aber die Sumpfjägerin mag ich irgendwie überhaupt nicht den Skin, vor allen Dingen die Brille sieht komplett strange aus. Mein persönlicher Favorit wäre das nicht, dann haben wir hier den Eiszapfen, ist ein nicer, äh, eine nice Spitzhacke, ist eigentlich auch durchsichtig, glaube ich müsste die Effekte ein bisschen höher haben. Ähm, ja, jetzt kommen wir allerdings zum letzten Item hier im Itemshop und zwar dem Patrongurt-Skin. Äh, war auch schon eine längere Zeit tatsächlich nicht mehr im Shop, äh, ist ganz nice auf jeden Fall, ähm, wobei es jetzt eben mal nicht der allerbeste Skin ist, wie ich finde. Ähm, trotzdem immer nice, dass wir jetzt darüber entscheiden konnten, dass der zurückkommt. Und das war's dann mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao!